Das Ok vom Dr. Hany, die Ausrüstung auch und heute zeig mir Markus Riffel noch die richtige Technik. Hoi Sarina. Hoi Markus. Willkommen, ich zeige dir heute einen ökonomischen, natürlichen Laufstil ausgesagt. Super. Sarina, jetzt wollen wir mal schauen, wie du joggst. Ja, gerne. Die Bahn ist frei für dich. Super. Willst du da mal ein paar Meter vorne joggen und dann können wir uns mal anschauen? Der Fussaufsatz nach dem Landen ist ideal achsengerecht. Man sieht das Absinken vom Becken zur Schwungbeinseite. Mit regelmässiger Kräftigung, dreimal pro Woche, vor friedlichen Gesässen oder hinter einer Oberschenkelmuskulatur oder Rückenstrecker, kann sie die typischen Ausweichbewegungen bekämpfen und ökonomischer laufen. Sarina praktisiert den Laufstil einer Fersenläuferin mit einem langen Schritt. Ihre überflüssigen Bewegungen wie das gestreckte Bein beim Vorpendeln vom Unterschenkel kosten unnötig Kraft. Ihre aufrechte Kopfhaltung ist gut. Mit ihren ruderten Rotationsbewegungen der Armen verbraucht sie unnötige Energie. Das heisst, sie kompensiert den Mangel an Muskelkraft in Rumpf und Gesässen mit nicht ökonomischen Armbewegungen. Also, jetzt ist mir aufgefallen, dass du ein wenig hängende Arme hast. Bei der Vor- wie bei der Rückwärtsbewegung haben wir so einen 90-Grad-Winkel. Zack, zack, zack. Das ist nachher die Ökonomie, die diese auch vorwärts bringt. Und jetzt probieren beim Walken. Zack. Jetzt wollen wir noch ein wenig mit den Fussgelenken arbeiten. Das heisst, wir wollen noch ein wenig schauen, wie ist das mit dem Abbremsen und dann mit dem Abstossen. Ja. Dann trabe ich ganz leicht runter. Vorfuss, Fersen, Vorfuss, Fersen und dann kann man schneller werden. Willst du mal probieren? Schön abstellen den Fersen. Jawohl, so ist gut. Die nächste Laufschulübung geht um die Zugphase. Zugphase ist der Moment, in dem der Fuss auf den Boden kommt. Hier ziehst du den Körper nach vorne. Ich zeige dir jetzt mal, wie die Übung aussieht. So, zack, 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 zack. Und in der Folge hat es die Bewegung. Hopp, 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 hopp. Nicht hinteren kippen, jawohl. Schön rhythmisch mit den Armen unterstützen. Bei der Laufschulübung, an Fersen heisst die, versuche ich den Fersen hier zum Gesäß zu nehmen. Ich zeige dir die schnell vor, wie sie aussieht. Hopp, 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 hopp. Gut, Sarina, jetzt seht deine Gegnerinnen deine Fersen. Zu den Laufschulübungen gehört natürlich auch das Barfussjoggen. Wenn du nämlich zwei, drei Runden einen Barfussjoggen bist, dann eignest du dir den natürlichen Laufstil an, so wie bei den afrikanischen Wunderläufern. Danke, Markus. Jetzt kann ich die richtige Technik, die ich gerade in mein Training einbauen werde. Ich wünsche dir viel Glück. Ich bin sehr optimistisch, dass es gut kommt. Danke. 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 Danke.